aber jetzt wissen wir das ja oder ich euch interessiert das ja eh nicht so zack hier war auch eben komisch gekommen was ich da gemacht habe okay das sollte jetzt aber reichen dann bauen wir das noch schnell fertig da gehen wir noch mal das restliche zeug rausholen die tun noch holen ach man was macht er denn dafür scheiße jemals doch immer geklappt jetzt so zappel 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 jetzt wollen die auf jeden fall erreichen glaube ich zumindest ja bin unten so wie komme ich da wieder hoch ach so ich konnte ich noch nicht mehr aufheben deswegen okay wenn man die tun mit monsters vorne kann man schöne monster fallen machen guck mal was wir da haben schönes das uran hätte ich jetzt so ein transmutation table kann ich mir gleich vier diamanten machen aber habe ich ja noch nicht und ich bräuchte sowieso diamanten um mir den überhaupt zu machen weil ich dafür obsidien brauche was für ein scheiß alles echt okay dann löschen wir das mal hier aber das gespawnt ist wobei das hier so hell war wow dunkel paar fackeln noch hinsetzen man weiß ja nie so okay ach guck mal die sind so glöd die rennen auch noch rein boi danke für die feile das war geil eben sterben aber ich krieg die feile durch den magnet wow jetzt ist es hier ein bisschen dunkel okay du scheiße ey was haben wir denn hier noch alles ich brauche unbedingt einen diamanten ne sind hier wieder keine gewesen nein ich spinne komm runter komm zu papa komm zu papa auch kaum weg mich so das noch mit dann dies aber hier brauchst du echt reichlich an diamanten bei teckel was du da alles machen kannst schon krass das ist schon der zombie okay zack auch wieder zu hoch und gleich springt sie mir auf den kampf hi spinne kommst du da mal runter jetzt kommen sie stirb 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 boi du musst viel echt so wir haben ein bisschen eisen na gut aber ich würde mal sagen wir machen das nicht später weiter ich ziehe mich hier erstmal ja boi ja ich weiß ich wollte mich grad verziehen sag ich aber auch echt nur ach du scheiße wow creeper scheiß misst wie ich echt hey bämm 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 bä güte mit creeper nerven was ich hier gefunden habe aber auf jeden fall brauche ich lava noch für meine maschine so kann man dicht machen kein creeper kein creeper wow zombie tschüss sind da oben so viele skelette sagt nicht da ist noch ein spawner da kommt gleich noch ein zombie wow noch ein creeper hilfe ich habe angst ich schau lieber ab mann ja creeper geh auch noch mal hoch dummes mistferkel echt mein gott mal erhellen aber nix für diamanten oder was den man sich ja schön geht man irgendwo runter dann findet man diamanten nirgendswo brauchen wir diese route ich brauche mindestens einfach nur einen diamanten einer reicht nämlich schon aber erstmal erhelle ich das hier noch ein bisschen mehr die diese dumme labe hier mal an die weg ist so mein gott und gleich mal dass ich beim kurs seiten ist ein slime das vieh hole ich mir noch mal schnell wieder hellen hier ice line ach da bist du ouch boah dieses mistvieh echt ja hör auf mich zu ärgern so oh skelette oh skelette und schon schießt er auf mich ne wo kommt der denn mit einmal ja ne ist klar naja egal guck mal ich habe alles wieder haha ach du scheiße guck mal es wird schon dunkel man ey so zack meine ganzen level sind weg ach ja ist ja egal so erstmal facken hier überall hinsetzen bevor hier oben noch ein was spawnt so war hier hinten noch eine ach sitzt hier schon ok haben wir eisen drin die werden jetzt nicht schlecht so äh zack naja dann gehen wir nochmal runter wieder legen wir uns nochmal kurz ins bett und dann sage ich auch schon gute nacht aber eigentlich weil es hier recht dunkel ist na sicher doch ach jetzt schmeiße ich auch noch weg so zack dann kommt hier noch eine rein zack und hier noch ein noch ein zack so besser mehr als zu wenig nicht okay und hier hinten ist es auch recht dunkel ich muss ja auch immer noch fenster einbauen mein gott ey noch so viel zu tun na gut gehen wir nochmal schlafen und dann würde ich sagen dann benne ich hier erstmal die aufnahme und bis zum nächsten mal ciao ciao Bis zum nächsten Mal.